WITTEK Aber ja, schlussendlich, denke ich, ist verdient, dass Holland 2-0 gewonnen hat, ja, 2-1 gewonnen hat. Martin, du als Verteidiger, ja, letzte Minute noch einen reinbekommen, ist vielleicht für die Holländer oder für den Torwart gerade, für die Verteidigung auch nicht gerade das Beste. Ja, wie schon von David gesagt hat, stark analysiert von ihm. Nein, ist klar, der Witte geht jetzt auf dem Fuss, der muss sie machen, dann ist einseissen, wird spannend. Und da zum Schluss finde ich, Slowake hat es verdient gehabt, dass sie noch einen Treffer haben und am Schluss ist nur noch Resultat Kosmetik gewesen. Holland der Zweite, aber überzeugend richtig war es auch wieder nicht. Ja, Fakt ist, weiter, wenn sie ins Halbfinale kommen, interessiert es niemanden, wie sie im Viertelfinale oder im Achtelfinale durchgestöchelt sind. Weiter ist weiter. Überragend, wieder mal der Arjen Robben nach der Verletzung, kommt rein, fliegt von Anfang an und macht das Tor. Was hat er, was euch noch fehlt? Ja, ich denke, Durchsetzungsvermögen, er hat eigentlich viel, eben technisch stark, kann sich durchsetzen, ist schnell. Und ja, vor dem Goal einfach abklärt, also er macht die Goals, sieht man ja auch bei Bayern. Also, die immer wieder entscheidenden Goals geschossen, jetzt der WMO und ich denke, es seien dann aus, ja. Morgen Abend noch mal ein Klassiker, Spanien gegen Portugal, ist sicherlich auch für den Achtelfinale eine sehr, sehr interessante Partie. Ja, ist sicher nicht schlecht, ja, es wird wieder ein grosser Aussieg fallen. Und ja, ich denke, es wird ein technisch hochstehendes Niveau sein dann morgen. Und ja, es wird sehr ein gutes Spiel werden, ich denke, es wird eng und ja, ich bin gespannt, wer gewinnen wird, ja. Brauchen wir schon einen Tipp auch noch? Ja, ich denke, 2-1 für Spanien. 2-1 für Spanien, sagt der David? Ja, ich denke, in die Bauchspanien aber 2-0. Ich denke, sie werden die Souverän machen. Also, du bist der Zuversicht, ist das der Europameister? Ja, ich bin sehr zuversicht. Also, eben, sie hatten ja am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, aber jetzt sind schon der Vorrunde mal mächtig unter Druck gestanden. Und sie haben es eigentlich doch sehr souverän gelöst und sie sind schon spielerisch die stärkste Mannschaft und ich glaube schon, dass es gegen Portugiesen gut wird gelangen. Ist es dann auch dein WM-Typ gerade, wenn es sagt, wenn es dir die stärkste Mannschaft spielerisch? Ja, ich denke, das Finale wäre sicher gekommen, ja. Über die ganze Sache, über ein ganzes Turnier sind es die stärkste Mannschaft. Dann danke erstmal an die beiden Jungs, David, Martin, merci für die Analyse vom heutigen Spiel und für den Ausblick für morgen. Und wir sehen uns dann morgen Abend nach dem Spiel Spanien gegen Portugal wieder irgendwo in Lichtenstein auf einer Fanmeile.